Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Eko, es geht weiter mit Dabberkloppen, runter mit Coach Epo Xa, servus. Mein. Servus. Hallo. Servus. Ja, ich war jetzt gerade mal bei Sinde hinten in der Wald plündern, weißt du, wenn die ja nicht da ist und hier arbeitet mal, dann muss, dann wuchert das hier hinten ja alles zu. Ich kriegste nicht an der Schippe, die Sinde. Xa, hast du Bipbert mit angeschmissen? Äh, nein, das kümmere ich mich vielleicht um. Erst wenn ich, muss ich hier den Hippo mit Kohle versorgen, sonst meckert der auch wieder. Ich hab mich schon 40 reingeschmissen. Ich find aber auch zu Recht. Naja, immer so Geldgeil, ohne Kohle läuft bei Hippo halt gar nichts. Ja, ja. Gar nichts. Da sagst, ich hätte ganz gerne von dir etwas. Jo. Kohle, Kohle, ganz viel Kohle. Ja, ich mein, gut, grundsätzlich hätt ich das auch von euch allen, am liebsten. Kohle, ganz viel Kohle. Ja, nur Hippo zieht's halt durch, weißt du? Ja, finde den Fehler. Ein Drecksack ist er. Ja, stimmt. So, jetzt muss ich nochmal eben, das ist nochmal kümmern. Und ich bin der Lumba. Lumba, ja. Oh, jetzt bin ich auf 2,14. Im Übrigen, hier seht ihr gerade, äh, Egge, Egge ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar. Teilweise. Teilweise. Ja. In Einzelteilen quasi. In Einzelteilen Deutsch. Bülp ist noch Bülp und Bitches sind noch Bitches. Ja, genau. Und Stockpile ist noch Stockpile. Aber eben, das mit den Bülp und mit den Bitches, das war das Wichtigste. Genau. Dass das noch, dass das noch vorhanden ist. Ja, ohne geht ja nichts. Ne, ohne Bitches geht nichts. Oh, ohne Bitches geht nichts. So, ich mach jetzt nochmal ein bisschen Lumba, weil ich will mein Haus dann früher oder später mal aus Lumba bauen. So, also, ich glaube, bei mir läuft hier alles an Produktion. Ich könnte die jetzt also mal kurz ne Treppe bauen. Du könntest mir mal kurz ne Treppe bauen. Aua, voll die Tür ins Fress. In die Fress. In die Fress. Ins Fressbrett. Ah ja, dann, äh, dann, äh, dann, äh, hast du, hast du so, ähm, Mordhatsdown fertig oder musst du das erst neu herstellen? Mordhatsdown, du willst also Mordhatsdown haben, okay. Äh, du kannst auch wegen mir Backstein machen, was du grad fertig hast. Was du mehr hast. Wie viele brauchst du denn? Viel. Die Treppe runter, bis runter in die, bis runter in die Ebene. Verstehen Sie? Ach, du machst Witze? Nein, nein. Bist du dir sicher, dass du keine Witze machst? Ich bin mir ganz sicher, dass du keine, dass ich keine Witze mache. Komm mal mit, ich zeig dir mal, was ich hier an Witz meine. Darum sag ich ja, ich brauch viel. Kommen Sie mal, kommen Sie mal mit. Ja, ich komm mal mit. Ich weiß ja nicht genau, ob ich das will, aber ich komm mal mit. Ich hab da so eine Treppe. Und das sieht halt kacke aus, so. Und darum dachte ich mir, hier runter, hier hinten, hier, so, wäre eine Treppe schön. Das muss jetzt nicht... Aber nur bis... Bis da. Bis hier? Ja. Okay, das wären also... Ja, aber das ist jetzt halt die Überlegung, das muss jetzt nicht unbedingt die Viererbreite sein. Du könntest beispielsweise rechts und links, ich meine, das kostet dann trotzdem das Zeug, aber du könntest rechts und links beispielsweise Blöcke setzen und in der Mitte eine Treppe, so breit, weißt du? Und rechts und links Blöcke, zum Beispiel. Ob das besser aussieht, weiß ich nicht. Okay, aber vier. Ja, also das wären also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, elf, elf. Dann mach ich oben auch noch zwölfmal. Okay, also 48, das geht ja. Äh, also Couch, das ist Weg. Ja. Äh, es laufen... Kein Stein hinmachen? Es laufen bei mir gerade acht Repaird-Spieg durch, die kannst du ja gleich holen. Alles klar. Ja, gut, okay. Ja, das ist 44, das ist doch... Wenn du willst, könntest du hier auch noch. Hier. Tak, 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 tak. Ja, machen wir erstmal das eine, aber jetzt entscheide dich mal kurz, ähm, Naturstein oder Backstein? Backstein. Äh, das ist mir... Möchten Sie das Backstein rot oder lieber in, äh, äh, wie heißt das andere Zeug noch? Ziegelrot. Natural, hier, Bricks, oder? Ja, genau, ja, ja, ich hätte gern, äh, 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 was ist das jetzt noch zusammen? Small, stack of stone cray, natural stone bricks. Alles klar, ja. Ja, daraus hätte ich das ganz gerne. Nee, ich glaube, ganz ehrlich, es sieht schöner aus in dem grauen Stein, also nicht Backstein. Ja, machen wir so. Aufwand erkannt. Sehr schön. Ein bisschen mehr kannst du davon auf jeden Fall bauen, weil ich brauche auch noch, äh, hier in meinen Lagerkeller runter, brauche ich auch noch Stein. Das sind mindestens nochmal drei Stufen und dann noch so eine Türumrahmung, also noch mal, äh, sechs plus drei, neun, zehn nochmal. Ja, ich werde mal ein bisschen was an hier. Ne, ich, genau, so ist es. So, was wollte ich denn jetzt machen? Was wollte ich denn machen? Ach, Bohnenfeld. So, aber sonst, sonst braucht erstmal keiner was von mir, ne? Also, Coach, du hast dir deinen Küpfer geholt, Xa, du hast dein Gold und Kupfer und du willst Treppe, dann war es erstmal, ne? Gut, okay. Bohnen wollte ich noch anpflanzen. Bohnen? Hast du den hier aber noch nicht angepflanzt? Ne, ich hab nur hin, äh, hast du mal gesehen, was das für ein, für ein, für ein, ja. Äh, ich glaube, was er den ganzen Tag über macht. Ja, wahrscheinlich nur in der Nase bohren und, äh, in den Himmel gucken. Soll ich mal mit der Faust in deiner Nase. Echt jetzt. Und dann guckst du in den Himmel. Habe ich dir meinen scheiß Wagen jetzt gelassen. Hier steht Dodo 1, 2, 3 hier. Ja, den tue ich, den Dodo 1, 2, 3. Mitten im Weg. Mitten im Weg, da hab ich ihn gelassen. Das ist kassig. Gehst du jetzt im Boden? Was ist denn hier mit Straßenstehen überhaupt? Ja, muss ich ja auch mal machen, ne? Vor allen Dingen die hier Geschwindigkeitsbegrenzung und so. Bitte? Ja, dass hier nicht so gereist wird. Verbot. Die Bäume alle gewachsen sind, total krass. Was ist denn am Lenken, ne? Die Scheiße hier. Ja, total. Das ruckelt wirklich ein bisschen, ne? Ruckelt brutal. Ich hab auch totale Frame-Einbrüche. Es liegt, glaube ich, an den Bäumen. Ich hab meinen, meinen, äh, bei den Blättern, da kann man, also man kann bei den Optionen eingeben, dass die Blätter nicht ganz so qualitativ hochwertig dargestellt werden. Und dann haben sich die FPS noch ein bisschen, ich glaube, ich hab's mir den Bäumen übertrieben. Warte mal, ich guck mir noch mal eben, ich muss mir jetzt noch mal eben die Blätter angucken. Mit der Einstellung, die ich jetzt habe, warte. Ich hab auch nur 30 FPS gerade, also das ist echt, äh... Ja, okay. Ich hab erst gedacht, er liegt an meinem Rechner, aber das ist echt am, sonst war doch noch nicht so am Ruckel. Ne, ist das Spiel, ist das Spiel, definitiv. Das ist total, äh... Also, ich schätze, es sind wirklich die Bäume. Also, ich renne eigentlich bei 60 rum, aber dann schießt er immer mal auf, äh, so, auf 25 runter. Genau das, ja, ja, genau das. Und das ist, glaube ich, immer, also jetzt hier, wo ich im dichten Wald bin, komme ich nicht mehr über 45. Wo, 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 äh, wo geht das? Laub-Qualität. SK? Ach, dann Laub-Qualität. Dann machen wir das doch mal ganz rohner Scheiß auf Qualität. Schön eben. Auch doch keiner Laub... Ja, also das ist auf jeden Fall deutlich besser, alles klar. Ne, schau mal. Ich mach das auch nochmal auf die Hälfte oder so. Aber meine Maus ist jetzt auch wieder so schnell. Aber ich hab jetzt auch immer noch nur 47 FPS. Also, das ist echt schön. So viel hat sich gebracht. Ich wollte gerade sagen, also, das rennt bei mir immer noch rauf runter, also. Ja, ich hab jetzt gar... Also, ich hab das, ich hab das, wo, wo, wo... Wo mir jetzt zuerst aufgefallen ist, ist, äh, hier, ähm... Schwierig. Unten bei den, bei den Feldern. Das ist mir jetzt zuerst aufgefallen. Ach ja? Okay, also mir ist es immer... Ja, ja gut, unten bei den Feldern, da sind ja jetzt auch ganz viele Eichen zum Beispiel entstanden da am Rand, ne. Das ist schon, die sind schon üppig. Oh, das sieht aber immer noch scheiße aus hier. Scheiße? Scheiße mit der Scheiß, Scheiße. Ich bräuchte, ich bräuchte mal ein Board. Ne, zwei Boards. Board, Lord of the Board. Ja, Lord of the. Hast du Boards bei dir rumliegen? Ne, ich glaub, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, also ich glaub eher nicht. Ja, sonst... Ich bin jetzt halt gerade bei den Bonenfeldern, also ich bin jetzt gerade weg. Ist egal, dann werf ich mal zwei selber an, das kostet dann zwar ein bisschen mehr, aber ist ja egal. Wie viel denn? Weiß ich noch nicht, muss mal gucken, ich bin noch nicht bei dir. Äh, die sind bei dir, Boards werden bei dir hergestellt. Nein. Doch. Wie kann man... Nein. Guck nochmal, aber das kann... Boards? Ja, das erzählen wir doch auch schon gemacht. Ja, Alter. Das Mausrad. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Das gibt's gar nicht. Wie kann denn so ein Mausrad... Das geht doch gar nicht, was du da als Mausrad hast. Doch, ich hab auf der Arbeit, haben wir eine Maus, die klingt sogar noch schlimm. Das ist faktisch nicht möglich. Ja, wollte ich gerade sagen, also das ist dann keine Maus mehr. Das ist dann vielleicht, keine Ahnung, ein Presslufthammer, vielleicht hast du das höchstens. Oh, ein Board hab ich sogar noch, dann brauch ich nur ein Board. Ein Board. Weiß nicht, wo der Board herstellen will. Also ich hab das früher schon bei Sinde geklaut und Sinde hatte auch keine Sawmill, also das kann man auch woanders herstellen. Hat das alles für böse gerecht. Ja, das Board auf jeden Fall, ja. Das kannst du mit einem normalen Dingstisch machen. In der Workbench? Ich bin mir nicht sicher, ob's die Workbench war. Das war, glaub ich, der Carpenter-Tisch. Oder so. Ja, in der Workbench geht's nicht. Muss es der Carpenter-Tisch sein. Noch alle keine Ahnung von Carpenter. Hast du bei dir oben den Carpenter-Tisch? Das muss, äh, nee, hab ich noch nicht. Ich bin ja letztes Mal erst Carpenter geworden. Ja, wie viele Stunden ist denn das schon her? Glaub ich, ich hau bald um mich hier. Ja, da fragt man sich immer, was macht der in den ganzen Stunden, wie er hier gespielt ist, ne? Ja. Man redet sich dafür. Hast du mal unten die Felder gesehen, du Pappenhase? Hast du mal deine Blödenlager geguckt? Hat mir die Tomaten gezählt? Also ganz schön, Tomaten hab ich immer noch so viele wie letztes Mal. Braucht halt Tomaten. Bacon. Bacon reicht. Damit kannst du dich gesund und vernünftig ernähren. Bacon braucht kein Mensch. Was haben wir dir jetzt übrigens verändert? Warum und sagen, seit wann hab ich denn bei Housing 28,5? Was? Also hier bei diesen Housing-Scheiß da, dieser Tabelle unten. Ich hab da 23,6. Ups. Hab ich doch letztes Mal noch 5, oder irgendwas gehabt? Boah, ich mach mir jetzt hier mal bei Sinti zwei Bretter und verlese es. Man muss aber auch sagen, das ist aber auch sehr halb übersetzt, ne? Sehr halb? Ja, sehr halb. Sehr halb. Also überall heißen die Dinger Boards, nur im Kartenplatz-Tisch heißen sie Brett. Ja, das ist doch schon mal ein Ansatz. Das ist aber eigenartig, dass das dann nicht auf dieselbe Datenbank-ID oder was auch immer zurückgreift und dann eben übersetzt ist, ne? Ja, das ist in der Tat. Ja, das ist halt echte Handarbeit. Da wird alles einzeln von Hand übersetzt. So eine Datenbank wäre doch viel zu einfach. Ist alles hart codet. Alles hart reinkodiert. Genau. Überall in jedem einzelnen... Die Übersetzung von Echo hat dann 200.000 Euro gekostet. Jetzt nervt er mich bei meinen Kisten, aber jetzt neuerdings... Ähm, was sagt er? Placed on solid ground. Das ist halt ein rotes X, weil ich die übereinander gestellt habe. Nein. Bis zum letzten Mal ging das noch. Ach so, haben sie gefixt. Ja, ich mein, die Kisten funktionieren jetzt immer noch, aber ich muss halt immer erstmal umswitchen. Ja, das ist ja ein bisschen suboptimal. Ja, wie die Scheiße. Dann musst du halt einfach wieder abbauen. Aha, die sind ja voll. Ja, ja, dann müsste ich erstmal noch eine Kiste irgendwo umruckscheln, um umzutacken. Ja, okay. Verstehe. Ja, so trägt jeder seinen Rucksack, ne? Natürlich, den Rucksack. Eben. Ja, ein Ranzen. Eher so ein Ranzen. Apropos. Apropropropo. Herxer. Ja. Gott sei Dank wie ich. Wie sieht's denn da eigentlich aus mit Rucksäcken? Ja. Also ich hab mir keinen gemacht, aber ich kann keinerlei Unterschied feststellen zu dem normalen Rucksack. Ja, vielleicht sieht er wenigstens anständig aus. Merkt ihr was? Er hat sich einen gemacht. Ja, ja. Ne, find ich auch super bei uns. Ja. Und dann, wenn bei ihm gehst du rein, Teppich, Sofa, Sessel, Tisch. Ja. Und bei uns nix. Ich hab das schon mal anbietet. Ich, ich, ich hab letztes Mal gesagt, ihr könnt euch bei mir Teppiche abholen und ihr könnt bei mir auch ein Sofa abholen. Ja, ich hab auch ein Sofa abgeholt. Ja, siehst du, was weckerst du dann? Als ich dich gefragt habe, warum steht bei dir ein Sofa? Unmöglich. Du kriegst nichts. Das macht er alles noch für sich. Das haben wir nicht. Das gibt nichts. Unmöglich. Er ist faul auf der Haut, Liege und sage, du hast mir alles an die Nase. Was? Wer liegt denn da faul auf der Haut? Äh. Wir sind auf Sinde. Das stimmt. Okay, dir. Hauen wir doch lieber auf den drauf, den nicht da ist. Das geht einfach ab. Genau. So, hier müsste ich eigentlich noch. Ach, das ist egal. Okay, guck mal, soll ich hier auch diese Pillars hier hinmachen? Ich mach hier die Pillars hin. Mach, mach so, dass du sagst. Find ich schön. Ich glaub, wenn du sagst, das ist schön, dann ist es auch schön, Lieber. Nee, das glaub ich nicht. Du hast so einen tollen Geschmack. Nee. Äh, das soll ich so nicht unterschreiben. Ja, sag ich, ja. Solange du so grau-braunen Töne hast, fühle ich mich wohl. Kann der auch eine Mauer bauen, wenn du mischt. Ähm, ähm, ähm. Nee. Überleg dir das nochmal hier mit den, äh, mit den... Ich habe das schon sehr, sehr... Kräftig überlegt. Nee, was meinst du denn? Nee, komm mal her mit deiner Treppe hier eben. Äh, ja, ich muss eben gerade mal, warte mal, warte mal Sekunde. Ich muss mal gucken, ob hier die Bohnen überhaupt hier hinten wachsen oder ob ich das Feld hätte vorne machen müssen. Ich glaube, vorne war es besser. Ich kann hier hinten gerade alles wieder umbälchern. Moment. Bean Seal Potential. One World. Oh, das habe ich auch gut gemacht. Ich fühle ich auch gar nichts quasi. Hä, was, was, was? Hier oben war doch das letzte Mal... Das ist jetzt geändert, dadurch, dass ich hier Erde hin und her geschaufelt habe. Oh, oh. Was denn? Ja, ja, das Feld, was ich für Bohnen vorgesehen habe, ist nicht mehr so, äh... Nicht mehr so bonig wie... Obwohl, nee, kannst, da bleiben, sieht gut aus. Okay. Nicht mehr so bonig. Ist nicht mehr so bonig, nicht die Bohne ist das hier. Ach du, eins ist nicht. Moment. Wollen wir mal hier, komm, fangen wir da an. So. So, und das machen wir jetzt über diese Breite. Machen wir es bis... So, das können wir eigentlich bis hier hinten hin machen, bis... Hier. Und dann auch noch da. So. Machen wir das lieber so. Dann machen wir das, was auch so. Es ist schwierig, wenn... Mh. Mit diesen Wachstumszonen... Mh. Wollen wir gleich mal gucken, vielleicht wächst da ja auch noch irgendwas. Mh. Ah, ich glaube hier, wo dieser... Wo Rastboden ist... Ja, was heißt hier, hm? Bist du doch nicht zufrieden mit deiner... Ja, ich glaube, ich weiß noch nicht genau, wie ich es unten mache, aber ich finde es so, glaube ich, am besten. Ja, musst du dir nachher mal in Ruhe an, aber ich finde es so eigentlich ganz nett. Die Frage ist, wie... Nett. Nett. Nett ist auch überschön. Nett ist der kleine Bruder von, äh, weiß ja nicht. Äh, von Scheiße. Ja. Könnte man das sagen. Mhm. Ja, und Coach, du kochst schön. Ja, ich arbeite daran, ne? Ein bisschen, dem Kochen da. Ja, guck mal, guck mal, ob die dazu sagt. Na, ich mal komm, komm. Ja, ich finde es ganz okay. Ja, Moment, ich habe eh meinen Wagen voll. Ja. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie hier Fuchs und Hase friedlich zusammenwohnen. Naja, die Welt ist friedlich. Und, äh, auch der Wolf rennt weg. Aber wo friedlich? Wo ist überhaupt der Komet? Boah. Noch zwei Stunden. Boah, bist du eigentlich die Treppe fertig? Pünktlich zum Einschlag. Ist die Treppe fertig? Ähm, ich habe jetzt mal eben das, ähm, Smelting gelernt, ne? Oh. Das war ja sinnlos. Ja, das war sehr sinnlos. Wieso? Ja, das Smelting, das ist, äh, macht die Schmelze da hinten von alleine. Das werfe ich an und dann schmilzt das halt. Da brauchst du mir nicht mehr helfen. Nö. Steinmetz wäre sinnvoll, oder? Ja, das ist das Ding. Das läuft, das läuft gerade. Das, das Schmissing. Ja, das brauchst du auch nicht laufen lassen, dass der Steinmetz drin ist. Ne, die Bücher sind alle bei mir hier. Die Bücher kannst du dir beim Hippo abholen, da könnt die übrigens im Übrigen auch mal... Ich glaube, die sind sogar alle in der Bibliothek. Ja, ich meine, die hat das da sogar schon hingeschmissen. Ja, ja, ich meine auch. Die Bibliothek sieht übrigens aus wie... Na, egal. Ja, das ist ein besseres Vogelhäuschen. Das ist wirklich grausam. Ja, ich meine da... Xa bleibt sich da treu. Er baut die Häuser wie die Wege. Das ist gar nicht. Macht's doch besser, Xa. Das hat er jetzt davon. Ist aber eine feudale Treppe geworden. Ja, oder? Ich fand diese... Das sieht ja richtig, da oben müsste jetzt eigentlich eine Burg drohen, ne? Ja. Ne, das sieht gut aus. Jetzt müssten wir hier nur irgendwie... Das hier ist so jetzt ein bisschen, dass der hier reingeht, da... Ja, das fand ich auch. Das ist halt... Ja, aber was willst du machen? Was willst du machen? Was? 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 Es gibt leider keine Ecktreppen. Nein, nein, das stimmt. Das stimmt. Aber was hier noch schön wäre, wäre dann, glaube ich, Holz durch Stein zu ersetzen. Das müsste man dann noch... Nicht so Holzbögen machen... Äh, Steinbögen machen, mehr oder weniger. Ja, gut, das ist sehr schnell gemacht. Das ist eben, das ist schnell gemacht. Ja, und dasselbe nochmal mit Treppe hier, schau mal. Was heißt dasselbe? Also, Mini-Format. Warte, ich bin sofort da. Bei meinem Kellereingang. Dann bräuchte ich auch noch eine Steintür. Hast du sowas? Oder... Steintür? Ich weiß nicht, ob es da sowas ist, ansonsten mache ich mir eine Holztür dahin. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Muss ich mal gucken. Oder eine Eisentür oder sowas. Oder irgendwie, also Tür halt. Ich gucke gleich mal. Hier zum Keller hier hinten. Kim? Ach, hier, dein Schutzbunker hier. Mein Schutzbunker, genau. Den habe ich jetzt weiter ausgehoben. Das erste Lager. Das kann ich eigentlich gerade mal platzieren hier. So, ja, da eine Treppe machen wir jetzt einfach. Nicht? Äh... Hier ist er hinten. Ja, zack. Reise, jetzt habe ich es falsch gebaut. Zack, zack. Da hast du da. Hä? Hallo, zack. Ja, und dann halt noch so ein Türrahmen außenrum und eine Tür. Aber Tür kann ich so nur selbst machen, aber hier oben das irgendwie noch so einrahmiertet. Den Eingang, also hier so. Ne? Statt, das, was ich jetzt wegschaufle quasi mit, mit Stein machen oben. Möchtest du Steine oder möchtest du, also möchtest du Blöcke oder möchtest du auch diese, diese, diese Dinger hier? Ich glaube, das sieht nicht so aus. Ich weiß nicht, wenn man da jetzt eine Tür dazwischen setzt, glaube ich, sieht es doof aus mit den Säulen. Ja, das stimmt auch wieder. Ne? Na gut, Erde hole ich gleich ab. So. Ähm. Ähm. Brauche ich den Wagen da drüben überhaupt? Nö. Habe ich noch eine Hacke? Habe ich. Die haben das, glaube ich, auch rausgepatcht, dass man zunehmend mehr Kalorien braucht, wenn die Werkzeuge kaputt gehen. Moment, kann man mal gucken. Echt? Das wäre ja doof. Ja, fände ich auch. Ne, also bis sie ganz kaputt sind. Wenn sie dann ganz kaputt sind, dann... Ach, ganz kaputt geht auch noch. Also ganz kaputt ist halt, also bis halt, ne, weißt du ja, bis A aufgebraucht ist. Dann, äh, dann verbraucht... Drück doch mal auf M. M. Und jetzt? Die Erde ist rund, ist aber auch ein Gerücht, wa? Naja, der knubbelt hier da oben, ja. Ja, und links genauso und rechts genauso. Ja. Das ist eine topografische Karte. Ja. Ja, ja. Ich glaube, unsere Erde ist rund. Hat die Topor? Ja, Topor, ja. Topografische Karte. Jetzt wird's blöd. Na, ich nehme jetzt auch meinen Wagen und gehe weg. Nimmst deinen Wagen und gehst ruckeln. Ja. Ja, Kacke. Ruckel die Zucke. Ja, hier. Coach has trained Cement Construction. Der lernt, der Kerl, gell? Ja, die lernen gerade hier alles. Ich meine, ich hab 5300 Punkte, ich muss auch noch einiges lernen gleich. Ich zieh, ich zieh gleich um und baum mir alles alleine. Ja. Das bringt er fertig. Ja. Cement. 500 Points. 500 Points go to Cement. Ja, scheiße. Was zu essen hätte ich mir mitnehmen sollen, ne? Jetzt kann ich nicht mehr machen. Hilf gegen den Dung machen. Habe ich noch irgendwo. Habe ich nicht. So, Cement hat er gelernt. Was kann er noch lernen? Den Ment. Den Ment. Glas könnte er noch lernen demnächst. Na gut. Glas ist durchaus auch ganz schön, ja? Wir sollten mal so langsam in die Richtung gehen, dass man irgendwas mit Strom, dass man das Stromkabel, also... Ja, da musst du dich hier da oben an den VN unterbinden. Ja, das forst alles, weil ich so lange auf hip-hohes Metall ratten musste. Also. Nicht hier in mir, aber die ist schuldig in die Geo-Regime. Ne, aber Spaß beiseite. Kabel plus Lampen plus Strom, Generator, Turbine, sonst was? Ja, sobald die Elektronikforschung durch ist, mache ich mich da an die Arbeit. Und die läuft, oder was? Die läuft. Die läuft. Dafür noch was? Ne, ne, das waren die 10 Kupfer- und 10 Goldbarren, die ich von Hippo wollte. Dann solltet ihr wahrscheinlich schon mal Kupferbarren anwerfen, weil die wirst du wahrscheinlich brauchen. Richtig, ja. Und Gold vielleicht auch ein bisschen. Also verpestet wieder die ganze Umwelt. Wenn das hier zu schlimm wird mit verpesten, dann müsstest du die wirklich mal Wanders nochmal aufbauen, ne? Und dann schmelzt sie irgendwo. Ein eigenes Haus, so wie meine Farben irgendwo auch separat ist. Ja, wir können ja noch mal den ursprünglichen Plan wieder in Angriff nehmen, so von wegen Abgase in den Boden leiten. Hattest du den Plan, ja? Ne, das hattest du doch gesagt. Ja, ja. Ich dachte nur, den hättest du verworfen, weil es zu kompliziert. Nö, ich glaube, den hab ich verworfen, weil Teile noch nicht dafür da waren. Ja gut, und wir brauchen halt auch erst was, wo man es hinleiten kann. Ich meine, wir können ja schlecht unsere ganze Miene vollpumpen. Ja, ich weiß halt auch nicht, wie das sein muss, ob das da reicht, wenn da eine Tür davor klatscht und dann ist das Ding zu, oder ich, keine Ahnung. Ich weiß halt auch nicht. Ich, ich am allerwenigsten. Naja, also ich mach nur, äh, das Schmelzen geht super schnell, also ich mach nur auf Bestellung. Würde ich vorschlagen wollen. Ja, ja. Macht Sinn machen, du. Ach du, was brauch ich denn hier? Für den Zementbrennofen brauche ich, äh, zweimal Gearbox und eine Pisten. Ja, das kann ich dir, ähm, ähm, Tisch machen, den ich bei mir stehen hab. Brauche ich dann halt, äh, eine Teil für. Wäre schön, Shop. Okay, äh, ja, dann guck mal bitte nach, wie viel du brauchst. Ich sag ja gerade, ne, nur auf Bestellung. Ja, ich, äh, komm gleich zurück. Muss hier noch ein paar Hasen für Kautsch jagen. Wo, äh, gehörten das zu? Pisten zu wem, zu welchem, äh, Skill? Wir standen an den Hängen und Pisten. Äh, das gehört zu, äh, Engineering. Okay. Ja, dann, äh, was soll denn, ach, das ist ein Ding, das ist ein Kolben, ne? Ein Kolben und... Ja, Pisten ist ein Kolben. Ja. Hm? Ja, ich warte. Ja, wie gesagt, ich bin auf dem Rückweg. Ja, und darauf warte ich. Ja, dann warten Sie mal. Ja, ich warte ja. So. Jetzt habe ich beim Farmer und beim, äh, Schreiner alles gelernt, bis auf das Paper-Mailing. Das könnte ich wegen mir auch noch machen, aber halte ich gerade für noch nicht so sinnvoll. Na, wohin Farmer denn? Und ich habe immer noch fünf Punkte übrig. Was lerne ich denn jetzt? Weiß ich nicht. Mason. Wir lernen alles, wenn wir immer noch ein Hippo überflüssigt. Genau. Noch überflüssiger. Ja. Ja. Auch mal gucken, was wir noch alles lernen. Aber zu viele Erfahrungspunkte. Ich habe jetzt mal Angst, dass wir nicht genug bekommen. Also bleibt mal bei euren Jobs, das ist schon okay so. Ich finde, wir sollten diese Aufteilung ein bisschen beibehalten. Ja. Weil sonst, äh, ja. Naja, nö. Du sollst dann wissen, dass ich viele grenze die überflüssig. Das ist richtig, das ist richtig. So, dann kümmere ich mich mal weiter hier um dein, 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 was auch immer. Äh, du hast gesagt, die Erde holst du dir weg, ne? Dann lege ich mir mal. Du kannst die auch, nee, du kannst die auch, wenn du willst, kannst du auch irgendwo hinverkarren. Also ich würde es auch nur nehmen und wahrscheinlich zu Xav fahren. Ja, also ihr könnt die gerne zu mir schmeißen, dann kippe ich die halt irgendwo in den Straßenrand oder wo es Lecker hat. Ja, ich, äh, ich, äh, ich, äh, hatte gedacht. Du kannst sie auch da liegen lassen oder in mein Lager, was ich unten gemacht habe, reinschmeißen, wenn es dir jetzt bequemer ist, dann so. Wo ist meine Karre, oder? Warum ist denn die, warum ist denn die Hacke rot, obwohl sie noch gar nicht rot ist? Hier, Hacke ist rot. Nee. Hacke ist immer rot, ne, Coach? Coach hat sich die Sprache verschlagen. Ich hab gedacht, wenn man Hacke voll ist, ist es aber eher blau. Ja, die war aber nicht voll, aber Hacke war ja leer. Hacke ist eher rot-weiß, so, ja. Genau, ja. Ach ja, ich wollte ja mal gucken nach einer Stein, äh, es gibt keine Steintür, das glaube ich einfach nicht. Bist du nur für einen Mason? Wer baut eine Tür aus Stein? Mh, ähm, arg. Ja, arg. Ja, richtig, das Reinforced und nicht Starn. Ja. Huch, na, was ist das so? Ich meine, das ist aber doch auch scheiße, wenn du jedes Mal fünf Leute brauchst, um eine Tür aufzumachen. Nö. Boah, ich will nach Hause. Ruf mal die Jungs an, damit die die Tür schon mal aufmachen. Nein. Zulaiiich. Nö. Ja, und was, wenn dann mal einer sauer ist und die Tür zuschlägt, dann fällt gleich der ganze Rahmen ins Haus. Oder die Tür geht kaputt, je nachdem. Wenn du die Tür vor den Kopf schlägst, der ist sofort tot. Ja. Ich hab einige von den Bohnen, da hab ich direkt gegessen, weil ich vorbeigeklickt hab. Was? Wie bitte? Da frisst du doch einfach die Bohnen. Ich bin mit dir nicht. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Wir haben jetzt ein Bohnenfeld. Es ist... Oh. Voller Bohnen. Es ist... Es ist halt... Was soll ich sagen? Also es ist halt... ein Feld. Ein Bohnenfeld. Oh. Schmeckt aus wie ein Bohnenfeld, riecht wie ein Bohnenfeld, schmeckt wie ein Bohnenfeld. Ja. Klar. Da gucken wir sie hier wachsen. Also es ist nicht so wirklich optimal. Wir haben hier eindeutig zu viele Bäume. Ja, dann horh einen weg, wenn er dir fliegt. Ich schau auch schon mal eben erstmal weggeklappt. Ja. Ja. Seht nur halt zu, dass dann, wenn ihr mir sagt, wo, dann pflanze ich direkt wieder neun. Ja. Aber seht mal zu, dass ihr die Bäume an meiner Forge da hinten stehen lasst, alle. Ja, 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 ja. So wegen die Umwelt. Genau. So, Bohnenfeld, check. Was hab ich mir noch aufgeschrieben? Du stinkst, du stinkst da durch die Fliege. Lager. Wir sollen drauf achten. Richtig. Ich habe mittlerweile, mittlerweile bei dem Spiel eine To-Do-Liste, die ich abarbeite. Eine Tortorliste. Oh, ja. Oh, die dicken Ozeandampfer verpesten die Luft und wer muss es ausbaden? Die Autofahrer. Klar. Der arme Dieselfahrer. Naja. Fahren sie Diesel. Falls ja, nicht mehr lange. Ja. Nö, oder? Ich komme hier von unten, von nicht oben an mein Lager ran? Oh, nö. Wurde das eigentlich jetzt auf die schnelle Art und Weise umlagern. Lagern. Ach, nö. Sag mal, muss das hier wieder so ein Doppelbogen werden? Doppelbogen? Ja, der, der, der. Wenn du die Treppe geradeaus runter gehst. Ach, ja, da. Hier, der ist zwei breit. Ja, weil der Weg da drüber ja auch zwei breit ist, ne? Ja. Ja, gut. Ah, das ist zwei breit. Klingt logisch, oder? Nee, eigentlich nicht. Äh, ja, nein. Ja, äh, nein. Ach so, aber wie wäre es denn, wenn ich, äh, hier den Durchgang aus den Säulen mache? Baut doch so, wie du denkst, dass du denkst, dass es... Ja, und dann kommt wieder so ein komischer Koja daher und, äh... Nein, weil Hippo kann im Gegensatz zu dir durchaus sehr gut abschätzen, was gut aussieht. Äh, äh, ja. Mach mal so fein, Hippo. Fein mach so. Weißt du, wir schauen uns jetzt mal Xars Weg an. Komm, wir schauen uns, wir gehen uns jetzt mal Xars Weg anschauen. Geh da mal hin jetzt hier. Oh, okay. Nein, das hat er ja ganz schön gemacht, der Xars. Also die Brücke zumindest. Oh. Advanced schmelte ich fertig. Ach, ich wollte ja auch noch ernten. So, dann geht's hier runter. Was wolltest du eigentlich in der Wüste? War das jetzt nur für mich, dass ich da unten die, die Dinge anbauen kann? Nö, du wolltest ja eine Brücke rüber haben, dann dachte ich mir, dann kann ich ja die Wüste unten auch gleich noch anbinden. Ja, 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 genau. Okay. Ja, hier, das finde ich halt so ein bisschen diese schrägen, weiß nicht, oder so. Oh, ziger. Sieht aus. Sieht aus. Mach's besser. Ach, ja. Das ist interessant hier in der Wüste mit diesem einen grünen Matschfeld. Ja, das ist, äh, tal. Ich wächst da Reis, oder so. Advanced schmelting haben wir auch gelernt. Der Zug hält in der unten rum. Das bin ich. Ach, das ist der Kuh, ja. Da drückelt das hier. So. Ach, da hinten raus war ich zum Beispiel noch nie. Überhaupt, von der Welt habe ich noch nicht so arg viel gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man ist doch als Farmer sehr, sehr lokal gebunden. Ja, oder hast als Jäger, äh, mehr zu sehen. Ja, ja, richtig. Ja, ich muss halt mal aus dem Lokal rauskommen. Siehst du, Horvath? Ja, das ist immer das Problem, wenn man sich mehr im Lokal aufhält. Ja, eben. Bis der nächsten Folge. Ciao. 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 .